Da schließlich kein Diablo 3, wo man Scheiße droppt, die man nicht selber aus kann. Wobei, bei mir, bei Diablo 3 sind ja ein Zwischenshow, äh, ich spielst schon ein Zwischenshow seit ein paar Wochen immer. Aber wie ich es noch gespielt habe, da sind dann seit dem Page eine legendäre Post für meinen Charakter getroppt, dann noch eine, äh, 1400 DBS 2 Handwaffe, legendäre, die habe ich aber verkauft, dann noch eine gelbe legendäre, 1370 Zweihandwaffe, äh, ich habe jetzt noch mal kurz geladen, einen alten Spielstand, weil ich wollte den Dieb die Pfeile geben, dass ich die Munien mit Pfeilen bekämpfen kann, weil es, äh, Schaden braucht bei den Munien, so, also, bei mir ist das schon jetzt, äh, Zweihand getroppt, 1370 Damage, gelb, viele tolle Werte, die habe ich inzwischen aber auch verkauft, aber ich bin jetzt mit meinen, äh, Witch Daughter inzwischen wieder auf ein Hand und Schild und gestehe ich noch für mehr Rüstung für die Pads, äh, ja, also das war jetzt schon zwei, drei Wochen her, und das war schon mal geschüttet, die habe ich halt noch geschüttet, weil, äh, so lange Zeit motivieren, das ist heutzutage halt auch nicht mehr, für mich jedenfalls, äh, Diablo 2 war früher noch was ganz anderes, vor allem da hatte man da nicht so viele Spiele, zumindest ich hatte nicht so viele Spiele, weil, äh, die, äh, Diablo 2, naja, da hatte ich schon mit meinen Lehrern angefangen, da habe ich sogar schon Geld, da war ich glaube ich im ersten Lehrjahr, als Diablo 2, naja, das Diablo 2 hatte ich noch, wie ich in der Schule war, Diablo 2 Expansion hatte ich dann gekauft, wie ich im ersten Lehrjahr war, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, genau, da bin ich dann erst, da bin ich schon in die Stadt gefahren, habe 45 oder 50 Mark, oder 60 Mark, ich weiß nicht mehr wie viel das war, auf jeden Fall habe ich so 60, 50 Mark schon auf den Tisch gelegen, habe ich für ihn schnitzt auf Diablo 2, da hat er für diesen Tag schon gefreut, und so habe ich dann auch online gespielt, offline, ohne Internet, Internet hatte man damals auch nicht, da nutzte ich nicht, weil, das ist das Lehrjahr, da war ich natürlich gekohlt, da gab es auch keine Flatwaids, zumindest bei uns nicht, wie es denn Flatwaids gab es vorher immer, gab es aber dann nicht mehr, weil die alle, weil die alle auch geschafft worden sind, und dann diese L Flatwaids gab es halt damals auch überhaupt nicht, dann hatte ich zwei, äh, dann hatte ich meinen ersten eigenen Innelanschluss, ja, mein großer Bruder hatte zwar einen Internetanschluss, da darf ich immer mal zocken, oder so, aber, äh, eigentlich mein Internetanschluss, das war glaube ich mit 18 oder 19, genau, da gab es dann, da hatte ich aber dann auch nur ISDN, also keine Flatwaids, jede Stunde schon bezahlen, da hatte ich, äh, was hatte ich da für eure Rechnung genommen, und das war aber schon, so, da hatte ich dann im Moment irgendwie 140 Euro Telefonsechnung, ne, weil da gab es halt keine Flatwaids bei uns, da hatte ich dann ISDN, habe ich im Moment 140 Euro verballert, und, naja, so, da sind dann schon wieder alle oben hier drauf, das ist sehr schön, wenn ich das glätze, würde ich mir jetzt in die Hosen machen, ah, das hat auch gerade keine Hosen, ha, 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 und kein Penis, wo es, äh, wo es, äh, wo es, äh, wo es halt nach die Hosen machen können, ne, wirst du schon, die Körperfunktionen sind, äh, nicht mehr gegeben, um in die Hose zu machen, für so ein Skelett, aber vielleicht geistig in die Hose machen, oder, äh, keine Ahnung, ich glaube, jetzt haben wir schon drei Kranke, oh, super, aber wir haben jetzt einen weißen Magier, oh, White Mage, Gandalf der Weiße, äh, Kommerz-Skandal, dieser Tauern ist eben, na super, so, jetzt sind wir wieder alle krankheitsfrei, ich bin zwar noch ein Geisteskrank, aber ist ja egal, aber ist ja egal, so, jetzt haben wir, äh, Teleporter 3 von 6 abgeschlossen, äh, jetzt haben wir noch, äh, 3 für uns, ich bin mal ganz kurz weg, ich hole mir ein schönes Stück Himbeer-Teute, wo ich mir vorhin auf der Arbeit mitgenommen habe, hm, Himbeer-Teute, Himbeer-Sahne-Teute, das hole ich mir jetzt mal schnell, und dann bin ich gleich wieder da, haha, Himbeer-Sahne-Teute, aus dem Himbeer-Teute, ich bin noch die Kaffee-Teute, ich bin noch die Kaffee-Thates, die Kaffee-Teute, du kannst die Kaffee-Teute, warte das Kaffee-Teute, Musik 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 So, ich zieh mir jetzt erstmal eine Himbeersahne-Tote rein, wenn's niemand stört. Und wenn's doch jemand stört, dann... Oh, da kann ich auch nix machen. Hmm, lecker, lecker, lecker. Ich vernasch dich jetzt, Kleines. Und du kannst nichts dagegen machen. Hmm, gut, eigentlich sind's ja zwei Stück, aber ist ja eine Ansichtssache. Ich bin halt kein kleiner Gnom. Die Riesen brauchen halt mehr ein bisschen mehr Flut. Hmm. Alles unter 1,99 Meter ist für mich ein Gnom. Da steh ich nicht drüber, auch körperlich und geistig. Hmm. Hmm, ich sag mir tolle, wie ich es selbstständig mache. Ich kipp immer um. Toi, es kippt auch nicht immer um. Keine, kleine, soße Schlampe. Sie bleibt doch mal da. Toi, jetzt muss ich dich zermanschen. Oh, toll. Hmm. Hmm. Hey, zwei Schaden, zwei Schutz. Ich glaube, ich kann, glaube ich, nur der Dieb benutzen. Ich habe jetzt noch draufgeschaut. Ich habe jetzt noch dafür, wie ich es selbstvergültige. Ich habe jetzt noch draufgeschaut. Warum? Ich habe jetzt noch draufgeschaut. Ja, jetzt ist es für den Körpers. Ich habe jetzt noch zwei Schaden. Ich kann mir die Liebe und die Liebe, die Liebe sind diversifalie. Ich habe, ich habe noch einen Schaden. Ich habe jetzt noch vorgelegt, dass ich Sie da noch ein paar Belieferungen gesagt. Ich habe jetzt noch nicht mehr. Okay, aber ich habe jetzt noch ein paar Schaden. Untertitelung. BR 2018 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 400 Nein, wir wollen nicht schlafen, bitte heil unsere Krankheit. Ja, ja, Quankite Heilern. Du hast unsere Black Mage und jetzt hast du unsere Rouge... Rouge? Rouge? Ich sage immer Rouge, das ist für die Schürben. Es ist dann Rouge, ein Schmuder Hinderlader. Also, Schurben im WoW sind ja so... Ich denke mal, dass Schwule einfach Schwule spielen, weil... Schurben, die kommen ja gern von hinten. Und da Schwule von hinten kommen... Nein. Spruchpunkte 2, 18 Mal, das müssen wir auf den Sonnensland Quack. Dann kann er jetzt so wieder heilen. Ja. Aber Schurken, echt, das ist so ein Pack von schwuler Hinterlader. Schurken halt. Wer der Schurke spielt, weiß, dass er das ist. Schurken, 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 kein Mensch mag Schurken. Jetzt haben wir, glaube ich, Teleporter 4 von 6... Jetzt haben wir jetzt erledigt. Oder muss... Nein, nochmal zurück. Links, links, links und vorwärts. Das war, glaube ich, falsch. Ne, das war falsch. Oh, doch. Zimmer, bin ja richtig. Genau, jetzt haben wir noch 2 Teleporter vor uns. So, Back. So, Back. So, Back. So Back, die Back. So, Back, it's Back. Is Back. So, Back is Back. So Back is Back. Oh, Trausch. Nur noch 10 Fackel. Aber jetzt, wenn die Fackel aus ist, nutzen wir gleich mal die Gelingenheit, um zu rasten. So, weiter geht's mit Fackel. Fackeline. IPA-GLisan. そうだstunde, wir haben teilzunehmen, und jetzt, ist es eine der Trick an... ugiereleleuternwirteung zuladım. Vielen Dank. ARESTE Wieniaua... Oh Skelettرك... Mit den Teischm xiыватьer brauchen wir uns eh nicht mehr abgibt auf dieses wenn wir auf dieses Spiel zwar zu fahlen. dass wir die Skelette rdos umgehen, wenns möglich ist. Die Fälle sind mir echt schon zu fahlen... Ich finde... So, das werden wir jetzt wohl weghauen müssen. Also da ist der Baby. I be back. I be back. Ja, wie oft willst du noch zurückkommen? I be back. I will be terminated. Geon pariert der Angriff der Dopamine. Pariert der Angriff. Skelet trifft mit einer E-Bus-Fugende. Skelet trifft doch mal hier mit der Schast. Skelet trifft nicht. Terror trifft. Skelet stirbt. Aha, sehr interessant. He-hehm, he-hehm. Ich muss mich grad mal in Geräusch fahr. Ich hatte grad einen Franzose im Hals. Also einen Frosch. Was mach ich da schon wieder? Was hab ich da bloß vor? Ach genau, eigentlich auch in der Anissi, ja? So, da haben wir wieder so'n Krenzgesicht, so'n Krenzkaffen. Ein bisschen lange verlangt ihr Eintritt. Ja, wenn ich das mal wüsste, ich seh's ja gleich so back. Super excellent. Mal schauen, was wir jetzt wieder toll finden. Bestimmt wieder irgendwas, wo wir nicht drauf können. Ich muss mal gleich ein Ticket an, bis er schreibt... Ach, ist doch immer nur für die andere Kursche. Ein wunderschöner Langbogen, den wir nicht benutzen können. Genau, Krieger Ranger. Aber diese Krieger sind ja immer in Nahkampf. Da braucht man jetzt noch zusätzlich Gewicht für einen Langbogen und Schlepp. Und... Ähm... Ja... Der Dieb kann's natürlich nicht benutzen. So ein... Äh... Äh... So ein... Äh... So... Naja... Jetzt hab ich's vergesst. Egal. 12,3,4... 5... 9... 5... ... 2, 4, 1, ok. Ich würde jetzt Office Bahut fifth Es tut zu weh. Mhmh... Das ist mehr ein Ziehen. Also wenn jemand Fußmassagen drauf hat, kann gern bei mir vorbeikommen. Oder ich habe mir mal überlegt, so ein elektrisches Fußbad zu kaufen. Ob das vielleicht was nutzt. So ein schönes Sprügel-Fußbad. Das ist wahrscheinlich eh nur.